Hi und herzlich willkommen zu den Hunch Holder und Abenteuern 20. Ihr wollt wissen, was alles so verrücktes im Bayou während meines Streams passiert? Dann müsst ihr dranbleiben. Aber bevor es losgeht, es gibt momentan 60% im Crytek Store. Also einfach an der Kasse mit 1049 bzw. den Code 1049 eingeben, dann kriegt ihr 60%. Geht noch bis zum 28.11. Also wenn ihr später das Video oder so seht, das wird leider nichts mehr mit dem Rabatt. So und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Gefunden. Ja, ich auch. Sonja? Ja, 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 ja. In so einem Horrorfilm, wie so ein, oder so ein kleiner Hund, der gleich ins Bein beißt. Lauf dir mal, lauf dir mal, lauf dir mal. Ja, 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 ja. Kurz gedacht, flippst du denn irgendwie? Einen habe ich. Nice. Ich kann... Ich habe dich erschossen. Ja. Es tut mir so leid. Also wirklich, dachte ich, ich schieße an dir vorbei, weil du links an der Seite warst. Und auf einmal bist du mir reingelaufen. Aber ich bin schuld. Nein, ich war rechts an der Seite. Ja, es tut mir so leid. Oh, Boss. Bitte clippt es nicht. Das war wirklich keine Absicht, auch wenn es so ausgesehen hat. Im Clip sieht es nämlich so aus, als wenn es Absicht wäre. Brenne! Es tut mir leid, Tina. Du bist mir voll reingerannt. Das Holzbein schnell genug oben ist. Ah, der hat noch Romero. Der holt ihn weg. Macht er aber gut. Cheap ist das. Hast du gesehen? Das ist runtergefallen. Wo war der? Links, rechts? Links. Link, da. Du Affenarsch. Hätte ich die Uppercut gehabt, hätte es nicht. Ich muss los. Nein, Tina. Komm schnell zurück. Ich bin Sturzschaden. Können sie da so rumschimmeln? Ich hoffe, es kam Schimmel an. Ja. Der Pimmel war vorbei. Immer nur, wenn du Schimmel am Anfang sagst, dann kommt Pimmel an. Sag mal Schimmel. Schimmel? Pimmel. Echt? Oh, Nil fertig. Achso. Oh, ich bin erschrocken. Was ist das denn? Das ist der Kopfarm. Was? Wo sind meine Hunde? Ich bin hier auf dem Tisch. Aber die kann ich nicht kneten. Die sind kaputt. So kommt es raus. Ja, sobald ich hier drauf drücke, passiert, glaube ich, was. Scheiße! Es kommt schneller raus, als ich dachte. Normalerweise kommt immer nur so ein bisschen raus. Na ja, wir haben gestern Achsel gedroht. Oh. Was? Was war das denn? Ich hab einen. Der zweite P. Der hebt den jetzt. Oben auf dem Dach. Wieso denn überlebt der das? Ach, wo der ist. Alter. Jetzt hab ich mich im Real Life geduckt, wie du überhaupt nassst. Wenn ihr voll seid, dann würde ich auch einen looten. Ja, ich bin ja voll. Ja, hat man gehört. Kennst du Superman? Es kommt doch irgendwie. Kennst du Superman? Nee. Da oben hängt er. Sieht so aus. Superpick. Superpick. Was machst du denn? Alter. Geh mir meinen Fall wieder. Ich brauch Heilung. Was ist denn weg? Ja, ich hab den in mir irgendwo. Ne, toll. Ja, ziehen doch raus. Ich bin da. Hier sind Fallen. Todesfallen. Achtung. Da war mir ein bisschen Angst. Hier sitzt ein Axel. Boah. Axel. Hab ich. Kopf. Kopf. Es war Kopf. Ich hab sie. Oh, im Sprung. Habt ihr den Schuss gesehen? So was müsst ihr klippen. Ach, Mann. Nöööööööööööööööööööööö. Was macht der denn nicht mehr da? Mann, die sterben alle nicht. Oh, eigentlich war auch noch einer. Das, gestern Abend, dasselbe Problem. Volle, volle Breitzeit. Oh Gott. Der ist hier draußen. Ich mach die Tür zu. Vielleicht kommt er da nicht mehr. Der ist gehüpft. Habt ihr das gesehen? Der Zombie ist gehüpft. Ich stell hier oben ins Gras. Sonja wurde gekidnappt. Fangt die Jäger. Sie wurde geknebelt und gekidnappt. Was? Was? Alter. Mit Speed. Tatsächlich komme ich mit High Velocity nicht klar in den Baseballschläger. Gar nicht. Ich treffe damit 0. Wirklich 0. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das liegt daran, dass der Baseballschläger nicht schießt. Ich habe gerade gesagt, den Baseballschläger. Ja. Der steht direkt vor mir. Ich habe keine Bully drin. Es hat Klick gemacht. How much healing do you have? We have money, many, many healing. Money healing. And money ist auch hier drin. Da liegt ein Nonny gerade. Ja, der ist schon mal, wo das hier weg ist. Hier liegt ein Daniel. Ja. Ja. Oh Gott. Alter. Nee, es ist halt manchmal, manchmal redet man dann einfach so. Ich weiß, also wisst ihr immer alles, was ihr sagt? Nee. Eigentlich schon. Ja. Das wollte ich jetzt nicht hören. Eigentlich schon. So eine Klub-Scheiserin, ey. Keine Ahnung, nein! Fallen da unten, fallen da unten. Ach, ja, du meinst mich. Okay, ich war gerade Drain auf Kopf. Ja, ich habe es gemerkt. Wer stand da vorne? Schmeiß was? Oh, 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 oh. Die dann Köder. Noch was? Die ist echt, die ist echt, die ist echt. Was machst du denn? Oh, die ist wieder echt. Iron Red. Also, jedes Mal, wenn ich Iron Red sage, habe ich das Gefühl, ich bin besoffen. Geht's? Sag mal Iron Red. Iron Red. Iron Red. Iron Red. Iron Red. Dann sag doch Iron Rad. Rot. Iron Red ist da. Bom, ich mache jetzt Kami-Katze. Okay. Danke schön für 1049 Witz. Vielen, 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 vielen Dank. Bounty? Wir haben eine Bounty zu wenig. Ach, Leute. Wer hat die vergessen? Axel. Er läuft schon. Wir haben doch eh keine Chance, wenn die jetzt hier rankommen. Die ficken ihn dann jetzt gleich nicht mehr. Wer fickt wen? Findet. Die ficken den. Haben wir schon 22? Nee, haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Sanja, dann halte ich zurück. Mit solchen Aussagen. Ja, die sind schon hier. Also, lass mal ein bisschen weggehen. Die ficken den, hast du gesagt. Finden. Nee. Von tot sein könnten. Ich sehe nichts. Ja, aber dann machen wir Banish und dann haben die den. Nein, ohne. Ah, vergiss es. Ja, aber die, aber. Du hättest nicht geblinkt. Die hätten ihn nicht gefunden. Ja, das hättest du mir mal vorher sagen sollen. Hab ich doch. Hab ich nicht gerafft. Nee, weil du ihn ficken im Kopf hattest. Das war nur noch viel. Ich weiß mal, ob ich ihn verstehe. Ähm, nee. Das war aber 143. Ich hab ihn. Oh, shit. Der stand vor mir. Ich hab vorbeigeschossen. Kurz weg. Ja, ich war... Wie heißt sie? Sonja. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Einen hab ich. Ja, da ist noch einer. Oh, ho, 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 ho. Hier, Achtung. Ja, nix. Jetzt vor die Tür hier. Ja, eigentlich müssen wir dann jetzt so in Schüssel laufen, ne? Oh, war nicht schön. Ich hab grad Soundbuck. Früher waren die richtig... Oh, nein. Oh, nein. Bist durch meine Fall gelaufen? Ich hab' hier... Ich hab' hier... Oh, mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Tina, ich hab sie anstoßen. Die sind im Biergarten. Da hast du mich erschrocken gerade. Guck mal hier in den Kompon. Frau Mark, kommen Sie zu uns! Bekommen Sie Ihr Kind oder was ist passiert? Hier ist Special Moni Aksel. Ich hab keine Fallen mehr. Darf ich fragen, warum du geschrien hast? Weil ich angeschossen wurde. Okay, das hilft uns weiter. Da können wir mit arbeiten. Entschuldigung. Jetzt! Ja! Oh, Aksel! Legst du auch flach? Lauf! Genau zum Gegner. Nein, Aksel! Lebst du noch? Was war jetzt? Ihr Profis! Oh! Und hier hinten? Durch die Baumstelle mal. Sonja hat dir das Rückgrat kaputt gehauen. Und jetzt versucht sie zu knutschen. Oh Gott, hör auf zu knutschen. Das sieht ganz weird aus. Oh mein Gott! Oh Gott! Ja, ich freue mich, ich klutsch mich! Hallo! Ich gebe mir mal die Spritze jetzt. Ja, ich habe noch 6,5 Minuten Ausdauer. Minuten? Kanalisierung wahrscheinlich, oder? Sekunden, oder? Minuten! Das ist ja 3 Minuten pro Clou. Oh, Kraftflug. Oder? Keine Bombe. Ah! Oh, ich kann noch eine Prächtigung holen. Hä? Du kriegst 3 Minuten pro Clou. Aber wie kommst du denn dann auf 600 Minuten? 6,5 Minuten! 6,5? Für mich waren das 600, 2-3 Mal! Ah, ich habe noch 6,5 Minuten Ausdauer. Daniel Düsenklin... Oh Gott. Hab gedacht, so ein schöner Name. Aber jetzt ist er doch nicht mehr so schön. Ach, das ist mir sowas von scheißegal hier. Das ist dein ewiger Armat! Okay. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Wir sind eigentlich alles Hobbits. Nein, die müssen nicht für Bosse gebaut werden. Weil die Tür... Turm in den Türmen... Die Tür... Turm... Die... Turm in den... Die... Oh mein Gott! Die... Einmal durchatmen. Die Türmen in den Turmen... Es geht nicht! Die Türen in den Turmen... Die Turmen... In den Turmen! Die Türmen in den Turmen... Ich kann es nicht! Ich kann es nicht! Die Türen in den Türmen! Die Türen in den Türmen! Genau! Jawoll! Oh! Oh nein, jetzt bin ich in ihr drin! Ich lauf wie Zug durch... Ach! Natürlich bin ich unten bei Cypress! Ach! 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 Ich glaube, ihr drüben ins Gebäude... Ich hab gegen die Kuhhälfte geschossen! Was gar keine Kuhhälfte ist, sondern eine Schweinhälfte! ja axel ich kann nichts hier oben fallen 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 ihr und eure scheiß fallen Schüsse im leer ja wegkommt das andere scheine einzig ich mach die Tür auf hier gab es noch welche Toten ne gar keine ja mich ich ja ich wusste nicht dass du da rein musst ja ja die geht so langsam runter oh man doch die kommen ja vorne übers Wasser axel mein Hammer 20 Sekunden ich bin nicht drin ich lange nicht ähm ich bin low ich hab 50 AP man axel ich hab einen Balken weniger kommt kommt wie kommt kommt ihr sollt kommen mein Hammer mein Hammer mein Hammer liegt da du brauchst den doch für die veräffelt uns doch bestimmt wie lange noch wenn jetzt noch einer kommt 15 15 beim Turm verarscht uns Jan die Wienkopf natürlich hast du uns verarscht ja klar ja man man wir wollten das doch testen axel mein Hammer muss hier irgendwo liegen hier auch geil ist weiter geflogen axel ey sag mal der schwirrt ich kann ihn nicht ne hä mit was hast du mich denn getötet nein der Hammer jetzt geh mal an den Hammer ran was ist das denn ja Alter das ist keine Chance ich hab gar keine Chance ich hatte alles am Arsch Hunde, Affen, Ach Hunde, Zombies ich will eine aufnehmen sonst hau ich ihn auf die Fresse das sind ganz harte Leute wie harte Leute die sitzen 65 ja guck mal ich steh mitten im Raum 245 Meter normale Mohsen Hedger durch die Wand viel Spaß euch her und die wie schick denn her wegen ich hab waffe getauscht wo denn wegen Muni oh nein axel nein axel Niemals im ersten Stock Waffe tauschen, das hätt ich dir sagen können. Aber ich dachte, das wär schon weg. Nein. Nein, Axel! Ist meine Achtung weg? Hängt die hier irgendwo? Axel! Da oben ist die. Da hängt sie. Hat jemand ne Nate? Hat jemand ne Leiter dabei? Ja, hüpf mal auf ihn. Hüpf. Mark hat so nen dicken Kopf. Warte mal. Jetzt, ihr müsst zusammen rüberlaufen, du standest doch auf ihm. Jetzt bei drei. Warte, 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 ich hab, ich hab, ich hab. Ja, danke. Oh! Alter Verwalter. Ich möchte bitte aufhören zu Snipern. Ey, bin ich ne Fluppe gerade? Ohne Scheiß, das ist ja fürchterlich. Sei ruhig! Sei ruhig! Sei ruhig! Ich mute mich. Sei ruhig! Nein. Das ist die erste Runde. Nein. Das ist die erste Runde. La 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 la. Ich will nichts gegen dich sagen. Ja, das waren die Handabenteuer 20. Das krasse ist ja, oder das heftige ist, es waren 400 Clips zum Sortieren. Ich hab so lange daran gesessen. Jetzt ist es unfassbar. Ich hab dann vorsortiert, hab dann ein paar Clips. Es waren etwas über 100, die ich dann rausgesucht hab von den 400. Und da hab ich dann nochmal ungefähr jetzt 15 bis 20 nochmal rausgenommen, weil ich die selber dann auch nicht so gut fand. Aber es ist immer so eine Mega-Arbeit. Aber ich mach's super, super gerne. Würde mich extrem über ein Like und über ein Kommentar freuen, weil so viel Arbeit wie hier drin steckt, das kommt vielleicht gar nicht so rüber. Aber ich sitze jetzt von 19 Uhr hier dran. Jetzt haben wir 23 Uhr. Dann muss ich noch rendern. Ich muss noch ein Thumbnail machen. Also ungefähr hochladen werde ich es um 23.30 Uhr. Und ich bin einfach nur durch. Ich wollte heute Abend eigentlich noch ein bisschen zocken, aber jetzt hab ich irgendwie jegliche Lust zum Zocken verloren. Aber ich mach das echt gerne. Und jetzt das Ergebnis ist ja auch sensationell geworden. Es waren so lustige Clips. So ihr Lieben. Wenn ihr selber mal Bock habt, mir zuzugucken. Jeden Tag live von 14 bis 18 Uhr. Manchmal auch länger. Auf Twitch 1049.de heiße ich dort. Wird mich sehr, sehr freuen, euch zu sehen. Ich bin sowas von durch. Was kommt denn jetzt? Denkt an Game.de. Die sind unten verlinkt. Die haben mir den TeamSpeak extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen. Könnt ihr Game.de gerne mal besuchen. Guckt's euch mal an. Holy ist unten verlinkt. Der Crytek Shop ist unten verlinkt mit 60%. Habe ich ja zu Beginn schon gesagt. Ähm. Ja. Wir sehen uns auf 14 Uhr Stream. Oder morgen 9.30 Uhr. Tschüss. Stopp. Vielen Dank.